Musik Wir sitzen hier heute zum ersten Mal an unserer neu installierten Orgel. Es ist für mich ein sehr emotionaler Moment. Die Orgel klingt inzwischen traumhaft schön und ist mit Sicherheit eine der schönsten Orgeln in Pforzheim. Musik Musik Die Orgel hat einen Klang bekommen, der dazu reizt, anreizt, ein großes Programm zu spielen. Ich habe das Gefühl, die Orgel ist eine echte Einheit geworden und das ist eine Meisterleistung. Mühle Eisen hat das neu intoniert und wunderbare Einzelstimmen bekommen dadurch, die man auch in verschiedenen Oktaven einsetzen kann. Es ist ein einzigartiges Instrument seiner Art, denn das ist die Essenz der Pfeifenorgel. Und das Spielen erfordert eine gewisse Wertschätzung. Musik Und wenn man dann jetzt mal so ein Konzert wie heute hört, ein sehr farbenfrohes Konzert, wo man auch die leisen Töne hört und dann wieder die ganz kräftigen, die milden und die dunklen, ich denke, dann werden auch Emotionen geweckt, auch in der jungen Generation. Das Zauberwort ist weniger, die Orgel populär zu machen durch populäre Musik. Das geht auch mal, sondern einfach durch Musikvermittlung. Im Musikunterricht wird aus meiner Sicht die Orgel viel zu wenig durchgenommen, viel zu wenig erklärt. Es ist ein Instrument, was Jahrhunderte alt ist und Jahrhunderte überdauert hat. Und alles, was Jahrhunderte überdauert und Sinn macht, ist es wert zu erhalten. Das ist eine total große Vielfalt einfach an Klangfarben. Das ist geeignet für Musik aus, wie schon gesagt, aus ganz vielen Epochen. Und ich habe versucht, heute in dem Konzert auch wirklich jedes Register einmal zu erklingen zu bringen. Das ist ja auch das Schöne, dass jede Organistin ihre eigenen Klänge auch betont und akzentuiert. Und ich freue mich, dass ich hoffentlich noch viele hören und erleben darf in dieser wunderschönen Kirche. Als Schirmherr habe ich natürlich auf diesen Moment gefiebert. Wenn so ein Projekt gestartet wird, ist ja das nicht garantiert, dass es dann auch zum Erfolg führt. Und hier ist es ein grandioser Erfolg. Wir haben ein wunderschönes Instrument bekommen, das nicht nur für die jetzige Generation spielen soll, sondern auch hoffentlich für viele, viele weitere Generationen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020